Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Corona-Krise ist ein Weckruf für den Multilateralismus. So beginnt auch das gemeinsame Statement, das wir heute mit 28 Staaten innerhalb der Allianz für Multilateralismus verabschiedet haben. Wir wissen, dass die Bekämpfung des Virus eine internationale Aufgabe ist, dass wir dafür mehr international koordinieren müssen und dass kein Land alleine in der Lage sein wird, das Virus zu besiegen. Und deshalb haben wir heute mit vielen Staaten aus der Allianz für Multilateralismus uns auch mit dieser Frage noch einmal beschäftigt. Und wir haben insbesondere drei Punkte hervorgehoben. Der erste ist, dass wer mehr internationale Koordination will, der muss auch dafür sorgen, dass die internationalen Organisationen gestärkt werden. Das gilt insbesondere für die Vereinten Nationen, aber auch für die Weltgesundheitsorganisationen. Die WHO ist und bleibt das Rückdraht der aktuellen Pandemiebekämpfung. Und deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, die WHO ihre Funktionsfähigkeit oder ihre Bedeutung jetzt infrage zu stellen. Das ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Und deshalb haben wir uns und darüber sind wir uns alle sehr einig gewesen, noch einmal dafür ausgesprochen, die WHO jetzt nicht zu schwächen, sondern ganz im Gegenteil sie zu stärken. Sie zu schwächen wäre nichts anderes als in einem laufenden Flug den Piloten aus dem Flugzeug zu werfen. Und das halten wir für nicht verantwortbar. Und deshalb muss die WHO auch finanziell weiter gestärkt werden. Wir haben uns auch über weitere Initiativen der Allianz ausgetauscht. Wir wollen zum Beispiel daran arbeiten, Zugang zu einer Behandlung und zu einer Impfung zu ermöglichen. Nun, es geht dabei besonders um Länder mit schwach ausgeprägtem Gesundheitssektor. Letztlich ist eine gerechte Verteilung von Schutzmaterial, Tests, Medikamenten und Impfstoffen, sobald diese verfügbar sind, ein Gebot der Menschlichkeit und ist auch im Interesse aller. Bereits in den ersten Wochen der Krisen hat sich gezeigt, dass ein weiteres Thema uns beschäftigen muss, nämlich, dass eine freie Presse und eine wahrheitsgetreue Unterrichtung der Öffentlichkeit ganz zentral ist, auch unter den Bedingungen einer Pandemie. Denn es geht darum, für die einschneidenden Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um das Virus und die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen, dass es dafür auch Vertrauen gibt. Dafür müssen die politisch Verantwortlichen werben. Dabei dürfen nicht diejenigen eine Chance erhalten, die mit Desinformation, Unsicherheit schüren wollen und damit auch staatlich veranlasste Maßnahmen unterlaufen. Wir wollen auch einen Beitrag zur Begrenzung der wirtschaftlichen Folgeschäden leisten. Insbesondere vitale internationale Lieferketten müssen geschützt werden und Störungen im grenzüberschreitenden Einzelhandel möglichst gering gehalten werden. Auch das ist ein wichtiger Teil, nicht nur jetzt bei der Bekämpfung des Virus, sondern eben auch bei der Frage, wie können die wirtschaftlichen Schäden, die ja schon eingetreten sind, wie können diese im Griff behalten werden. Und drittens müssen wir auch die langfristigen Auswirkungen dieser Krise bedenken. Wir werden deshalb für eine Stärkung der Gesundheitssysteme global eintreten müssen. Und hier wird es vor allen Dingen um eine bessere Vorsorge und Prävention gehen, damit künftige Erreger möglichst frühzeitig erkannt und auch eingehegt werden können. Auf dem heutigen Treffen wurden dazu viele Vorschläge gemacht, um auf den genannten Gebieten ganz konkrete Initiative zu ergreifen. Diese werden nun auf der Arbeitsebene weiter besprochen und wir werden in einem vereinbarten Zeitnahem Treffen diese Initiativen konkretisieren und weiter an ihnen arbeiten. Vielen Dank. Uns haben Fragen gestellt. Holger Möhle vom Bonner Generalanzeiger und Stefan Kegel von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Inwieweit hat der von US-Präsident Trump angekündigte Finanzierungsstopp für die WHO bei der Konferenz eine Rolle gespielt? Zeigt die Entscheidung, dass Staaten jetzt lieber auf eigene Rechnung handeln? Wie kann Multilateralismus funktionieren, wenn sich selbst Verbündete gegenseitig Schutzausrüstung vom Markt kaufen oder sogar bereits bezahlte Ware von Partnerstaaten ins eigene Land umleiten? Die Teilnehmer der heutigen Videoscheite haben alle zunächst einmal die Bedeutung der Weltgesundheitsorganisation bei der Bekämpfung des Virus sehr, sehr deutlich gemacht. Viele haben auch dafür geworben, dass die finanzielle Unterstützung der WHO ausgebaut wird. Alle haben sich dagegen verwahrt, dass gerade in dieser schwierigen Zeit eine Organisation wie die WHO geschwächt wird oder überhaupt politisch infrage gestellt wird. Deshalb besteht dort große Einigkeit, auch dass wir internationale Lösungsansätze brauchen, die eben nicht dazu führen, dass jeder nur an sich selbst denkt. Natürlich ist es wichtig, zunächst einmal die Lage im eigenen Land unter Kontrolle zu halten, um handlungsfähig zu bleiben. Erst dann wird man überhaupt in der Lage sein, auch anderen zu helfen und sich mit anderen zu koordinieren. Das ist die richtige Reihenfolge. Die halte ich auch nach wie vor für zwingend. Aber wir brauchen multilaterale Strukturen. Und die WHO ist gerade im Gesundheitsbereich die wichtigste dieser Struktur. Letztlich müssen wir dafür sorgen, dass die Arbeitsfähigkeit der Weltgesundheitsorganisation geschützt wird. Jeden Fußbreit, den sich die USA aus der Welt zurückziehen, auch auf der Ebene, werden andere besetzen. Und das sind in der Regel solche, die unsere Werte, die Werte einer liberalen Demokratie, nicht teilen. Und deshalb können wir daran kein Interesse haben. Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung fragt, ist Deutschland bereit, einen Teil des Ausfalls durch den US-Zahlungsstopp für die WHO zu kompensieren? Und gibt es ähnliche Absichten von den Partnern in der Allianz des Multilateralismus und in der Europäischen Union? Hat die WHO zu Beginn der Corona-Krise Fehler gemacht und resultierten diese aus einem zu großen Einfluss Chinas? Ganz grundsätzlich halte ich es für falsch, sobald jemand seine Beiträge zu einer internationalen Organisation zurückfährt, sofort einzuspringen. Das kann auch als eine Ermunterung verstanden werden, sich aus internationalen Organisationen zurückzuziehen, weil andere sowieso dann in die Bresche springen. Dennoch, wir haben die Mittel für die WHO als Deutschland in den letzten Wochen bereits erhöht. Und wir haben in Aussicht gestellt, dass wir weiterhin bereit sind, die Mittel für die Weltgesundheitsorganisation hochzufahren. Wir sind innerhalb der Bundesregierung dazu im Gespräch. Das hat aber in erster Linie den Grund, dass wir eine Organisation wie die Weltgesundheitsorganisation gerade in der jetzigen Phase ganz besonders stärken wollen. Und natürlich sprechen wir auch mit den USA und wir würden es begrüßen, wenn auch Gespräche zwischen der Weltgesundheitsorganisation und den USA geführt werden, aus denen ein Ausweg aus dieser Lage gesucht werden kann. Denn letztlich haben auch die Vereinigten Staaten ein Interesse daran, dass die internationale Koordination bei der Bekämpfung des Coronavirus funktioniert. Und die WHO spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Nach allem, was wir wissen, hat sich die WHO im Rahmen der ihr zugewiesenen Aufgaben korrekt verhalten. Und nachdem die aktuelle Krise überwunden sein wird, sollten die Mitgliedstaaten gemeinsam mit der WHO prüfen, an welchen Stellen eventuell Möglichkeiten zur Verbesserung bestehen. Bereits frühere Gesundheitskrisen haben gezeigt, man kann immer noch etwas besser machen. Und auch aus dieser Krise müssen wir in der Organisation für Gesundheitsfragen gestärkt herausgehen. Und daran wollen wir zusammen mit der WHO arbeiten. Andreas Rinke, Reuters und Frank Jordans von AP fragen, treten Sie als Außenminister oder die Bundesregierung für eine sofortige Aufhebung der EU-Restriktionen für den Export medizinischer Güter in Drittstaaten ein? Oder setzt man bei der Versorgung etwa Afrikas in diesem Bereich ganz auf China? Und haben Sie im Auswärtigen Amt den Eindruck, dass China einen immer raueren Ton im diplomatischen Umgang anschlägt, wenn es um die Verteidigung des eigenen Vorgehens in der Krise geht? Also, dass Ausfuhren aus dem EU-Binnenmarkt einer Kontrolle unterliegen, das hat eine Berechtigung. Wir müssen die Versorgung mit dringend medizinisch benötigten Gütern auch in allen europäischen Ländern sicherstellen. Seit dem 20. März wird deshalb auch der Aufbau eines gemeinsamen Vorrates an medizinischer Ausrüstung auf EU-Ebene vorangetrieben, um den Bedarf in allen Mitgliedstaaten zu decken. Auch das ist eine Voraussetzung dafür, dass die EU auch außerhalb der Europäischen Union Verantwortung übernehmen kann. Und als Auswärtiges Amt arbeiten wir vor allem auf internationaler Ebene gemeinsam mit unseren Partnern an Lösungen, wie wir die Versorgungssicherheit mit medizinischen Gütern weltweit aufrechterhalten können, also auch über den Kreis der Mitgliedstaaten der Europäischen Union hinaus. Im G20-Kreis haben wir Ende März abgestimmt, wie wir Produktionskapazitäten ausbauen können. Wir müssen den wachsenden Bedarf an medizinischen Gütern gerecht werden und diese dann auch zu erschwinglichen Preisen dorthin bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Und daran arbeiten wir gemeinsam mit WHO, IWF, der Weltbank und anderen internationalen Organisationen. Michael Fischer von der dpa fragt, gestern ist von Bund und Ländern beschlossen worden, dass die zunächst bis Ende April bestehende weltweite Reisewarnung für touristische Reisen fortbestehen soll. Bis wann soll sie fortbestehen? Können Sie sich vorstellen, dass sie bis in den Sommer reicht? Haben Sie eine stufenweise Aufhebung, zum Beispiel zuerst die EU-Staaten, schon ins Auge gefasst? Wir werden uns mit diesem Thema weiterhin beschäftigen müssen. Die Gründe, das ist der Stand heute, für die Reisewarnung dauern leider immer noch fort. Der internationale Flugbetrieb ist nach wie vor weitestgehend eingestellt worden. Unabhängig von der Frage, wohin man überhaupt noch kommt, es bestünde bei Reisenden das hohe Risiko, im Ausland zu stranden und nicht wieder zurückzukommen. Viele Länder haben sogar eine Einreisesperre verhängt, die Einreisen ohnehin möglich machen. Aber da auch die Möglichkeit, zurückzukommen, eine außerordentlich schwieriger geworden ist, sind für uns alle Gründe, die uns zu dieser weltweiten formalen Reisewarnung veranlasst haben, nach wie vor gegeben. Es ist zum heutigen Zeitpunkt aber überhaupt nicht absehbar, wie sich der Reiseverkehr – und das ist für uns die maßgebliche Größe – wie sich der Reiseverkehr international in den nächsten Wochen normalisieren muss. Und deshalb haben wir beschlossen, dass die Reisewarnung jetzt zunächst einmal aufrechterhalten wird, bis einschließlich am 3. Mai. Das ist auch der Zeitpunkt, für den alle Beschlüsse, die die Bundesregierung in Abstimmung mit dem Ministerpräsidenten getroffen hat, jetzt gilt. Wir werden – wir haben gar keine andere Möglichkeit dazu – die Lage weiter beobachten und Ende April, Anfang Mai eine Entscheidung treffen, wie es mit der Reisewarnung weitergeht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es allerdings nicht verantwortlich gewesen, irgendetwas von dieser weltweiten Reisewarnung zurückzunehmen. Und wir werden das auch erst tun, wenn die Rahmenbedingungen dazu führen, dass ein solcher Schritt aus unserer Sicht verantwortlich wäre. Vielen Dank.